Diese praktischen kleinen Hütchen, die gibt es auch nur bei uns. Kennst du diese? Was ist das? Das haben meine Eltern auch. Aber meine Eltern sehen sexy damit. Ja? Sonst gegen damit nichts passiert auf dem Kopf. Ja, aber da sind noch so Ösen drin, wo noch Luft rein soll. Irgendwo zwischen Safari und ich weiß es nicht.